Und Papa, weißt du schon, was wir heute machen? Nein. Was machen wir heute? Also Papa, ich würde sagen, wir machen... Wo ist dein Mikro? Hier! Ich hab schon neue Idee. Ich hab neue Idee. Ohrringe? Ja. Hast du nicht damals gesagt, Ohrringe sind hässlich? Ja. Also, was machen wir heute, Papa? Wollen Sie mir fragen? Du bist mein Chef. Du bist mein Chef? Du. Du? Du kannst alles verstehen. Du kannst alles verstehen. Ich? Ja, du? Oh. Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Koi und... Koi Baba. Hallo, hallo. Also Papa, alle sagen ja, du bist der Beste darin geworden, deutsche Wörter auszusprechen. Tünt den Fick. Zwölf. 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 Sprite. Spritte. Hast du gerade wirklich Spritte gesagt? Ja. Verantwortungsbewusstsein. Ja, ich bin der Beste. Und deswegen hab ich mir gedacht, wir probieren heute mal etwas Schwereres. Was? Und zwar gibt's heute Zungenbrecher, die mein Vater absolut nicht richtig aussprechen kann. Nein. Du fachst nicht richtig. Oh. Oh. Wach auf. Was passiert, du? Hä? Hey. Aber bevor es weitergeht, liebe Grüße gehen raus an. Chaosless. Hadi. Collilaba222. Und Sally Gemma. Und wenn du auch mal gegrüßt werden willst, dann schrei einen Kommentar. Und wenn wir schon dabei sind, lass auch gerne mal ein Abo da. Um nicht mehr zu verpassen. Um nicht mehr zu verpassen. Zu verpassen. Um nicht mehr umzubesseln. um nicht mehr um nichts mehr zu verpassen um nicht mehr um zu verpassen um nicht mehr um nicht mehr okay ich würde sagen wir starten einfach mal mit dem ersten erst mal ganz easy gehalten papa als anna abends 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 ananas so schwer die worte zu schwer für mich papa du bist doch deutschwort profi wirklich ja okay nicht vorher lesen anna abends als anna abends als anna abends ananas du musst ein bisschen schneller lesen was anna abends als anna abends ananas gut gemacht ich habe gesagt immer gut ja ich habe gesagt immer gut okay mach weiter okay jetzt wird es schon ein bisschen schwerer nein schwer brautkleid einfache so au sausage chile dna brautkleid blau blau kräume blauw sozusagen braut klein blau Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Du hast einfach neue Sprache erfunden. Ne gut? Gut? Ja, immer gut. Okay, Papa, streng dich beim nächsten bitte wirklich richtig an. Richtig, ja, ich bin immer richtig. Papa, bist du bereit? Ja, ich bin immer bereit. Was bist du? Ich bin immer bereit. Fisch aus Fritze, Fischte, Frische, Fische, Frische, Fische, Fischte, Fische aus Fritze. Ich bin doch nicht bereit. Fatsa, 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 Fatsa. Fische, Fick, Fische, Fick, Fick, Fische, Fick, Fische, Fick. Fische, Fick, Fische, Fick, Fische, Fische, Fische. Fischer was? Fische, Fick, was? Fische, Fick. Nein. Oh mein Gott, die Folge nimmt mich komplett auseinander. Kleine Kinder können keine Kirschkern knacken. Kleine Kinder können keine Kirschkern knacken. Können keine Kirschkern, was? Keine Kirschkern knacken. Ka-was? Kacken. Ha. Okay, ich sehe schon, die nächsten werden auf jeden Fall eine Herausforderung. Kein Problem. Okay. Okay. Als wir noch in der Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. Oh mein Gott. So lange waren wir noch in den Wiege lagen, gab es noch keine Liegewagen. Jetzt kann man in den Wagen liegen. Sieg in den Allergenwiegen. Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen, die sich in den Rippen schnippen, bis sie von den Klippen schnippen. Ich will nicht mehr. Aber du musst. Auf den sieben Robbenklippen. Sieben, sieben Robbenklippen. Sieben Robbenklippen. Bis von Kippe, Kippe, Kippe. Kippe, Kippe, Kippe. Papa, du erfindest hier gerade die ganze Zeit deine eigene Sprache. Der dicke Dachdecker deckte dir dein Dach drum. Der dicke Dachdecker deckte dir dein Dach drum. Dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckte. Warum dich dazu hin? Wie dich da? Tic-tac-to. Tic-tac-to. Du schaffst das. Der dicke Dacke, dicke Dacke, dicke Dacke, dicke Dacke, Dacke, dumm, dacke, dicke, dumm, dacke, dacke. Hast du gerade Schlagzeug geschwielt? Klitzekleine Katzen kotzen, klitzekleine Kotze, klitzekleine Katzen kotzen, klitzekleine Katzen. Digga, das Ganze kann ich nicht mal aussprechen. Okay, Leute, kleine Unterbrechung. Was sagt ihr eigentlich zu unseren Formaten? Wir wollen unsere Content-Richtung ein kleines bisschen erweitern. Also schreibt mal in die Kommentare, auf was ihr noch so Lust hättet, dass wir beide zusammen machen. Schrei einen Kommentar. Okay, Papa, machen wir weiter? Ja. Marichen sagt's Marichen. Lass mich da mal riechen, Marichen. Dalis, Marichen, Marichen, Marichen. Oh mein Gott. Mischwasserfischer heißt Mischwasserfischer, weil Mischwasserfischer im Mischwasser Mischwasserfischer fischen. Komm, Papa, das kriegst du hin. Mist, weißer Ficker, weißer Ficker, weißer Ficker. Ficker? Ficker. Egal, aber ich bin Spezialist. Du bist Spezialist? Bist du nicht, Lise. Oh mein Gott, Leute, was war das wieder für eine Folge heute? Eine sehr gute Folge. Also ich würde sagen, das war es wieder für heute. Wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt, dann... Teilen, teilen und Abo dalassen. Ja, ja, ganz, ganz wichtig, Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Junia! Junia!